Ja, wenn man jetzt mal aus dem Fenster schaut, sieht man Sonne pur, zumindest hier bei uns unten im Südwesten. Es ist zwar noch klirrend kalt, bis zu minus 10 Grad hier jetzt gerade bei uns, aber wir wissen, der Frühling steht vor der Tür. Und wenn man zu Hause sitzt und die Sonnenstrahlen jetzt so richtig schön durchs Fenster durchkommen, da kommt man auch schon so ein Wärmegefühl. Aber man wird dann auch daran erinnert, Frühjahrsputz, weil wenn die Fensterscheiben nicht ganz sauber sind, dann sieht man das im Sonnenlicht besonders gut. Und bei mir zu Hause ist es zum Beispiel so, die geht dann auf den Boden und ich habe nur Hartklöten bei mir zu Hause. Also im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Laminat und Flur, Bad, Küche. Das ist natürlich mit Fliesen ausgelegt. Aber was ich da immer sehe, ist ein matter Fußboden. Und das ärgert mich richtig. Und deshalb kann ich jetzt wirklich mit Überzeugung sagen, auf dieses Produkt, das Ihnen Kathi jetzt vorstellt, auf dieses Produkt habe ich gewartet. Und ich bin mir sicher, dass es ganz, ganz vielen von unseren Zuschauern genauso geht. Kathi, was ist es denn? Wir haben hier eine Fußboden-Poliermaschine für Sie, für Ihr Zuhause. Und die kann Ihren Fußboden perfekt reinigen und polieren. Und zwar richtig, richtig toll mit leistungsstarken Poliertüchern aus Mikrofaser. Die ist jetzt für Fliesen, für Laminat, für Parkett, für alle Hartböden bestens geeignet. Und die funktioniert mit einer super genialen Kraft. Man merkt das richtig. Diese rotierenden Mikrofaser-Pads, dieser schwere Polierkopf, der jetzt hier toll rotiert. Die rotieren so gegeneinander, diese Mikrofaser-Pads. Und das macht einen super tollen Effekt. Man spürt es sofort. Man kann hier den Boden einmal reinigen, wenn man möchte. Und dann auch direkt polieren, wenn man möchte. Und du hast es angesprochen. Diese Böden, die so einen leichten Film haben. Klar, jede Hausfrau jetzt, jeder Hausmann natürlich auch. Wir kennen das alle. Wir wischen den Boden, wir reinigen den Boden. Und dann bildet sich aber trotzdem immer so ein Film. Der Boden sieht nie richtig sauber aus. Ich bin fast wahnsinnig geworden, weil ich habe geputzt und geschrubbt mit allen möglichen Mitteln. Und ich habe dann auch wirklich viele Damen befragt, die ja auch Böden haben und putzen. Und jeder hat so ein eigenes Zaubermittel. Teilweise teurer Putzmittel. Und probier mal, probier mal. Ich habe alles probiert. Es glänzt einfach nicht so, wie ich das möchte. Und so mit dieser Poliermaschine geht das endlich. Und zwar ohne großen Aufwand mit irgendwelchen Putzmitteln. Sie kennen den Werbeslogan, Putz so sauber, dass man sich darin spiegeln kann. Ja, in der Werbung sieht das toll aus. Aber zu Hause hat das, glaube ich, noch nie funktioniert. Aber hiermit funktioniert es endlich. Und ich behaupte jetzt einfach mal, jeder, der gewissenhaft seinen Boden, seinen Hartboden reinigen will, braucht dieses Gerät. Und dann sieht es aus wie am ersten Tag. Hier funktioniert das. Sie können einmal hier, und Sie sehen, wie toll die rotieren. Das sind 230 Umdrehungen pro Minute. Einmal mit hier, ich zeige das mal, mit diesen roten Mikrofasertüchern, die sind so ein bisschen härter in der Beschaffenheit, können Sie den Boden reinigen. Und wenn Sie den Boden dann polieren wollen, gerade wenn Sie den so richtig schön glatt und glänzend haben wollen, wir haben es gerade kurz in dem Film gesehen, bei dunklen Böden auch, auch bei Holzböden, die Sie so richtig toll glänzend haben wollen, so richtig aufpoliert haben wollen, da nehmen Sie dann bitte die weißen Mikrofasertücher. Die werden dann einfach nur draufgeklettet. Die sind für Sie auch im Lieferumfang mit drin. Das sind Ihre Poliertücher, die dann einfach drunter machen. Sie sehen, die sind ganz, ganz flauschig. Die dann einmal mit drunter machen. Sie haben hier im vorderen Teil auch direkt die LEDs. Hier ist ein Wassertank mit eingearbeitet. Da gehen 150 Milliliter Wasser, beziehungsweise auch Reiniger mit rein. Da können Sie den Reiniger Ihres Vertrauens auch mit einfüllen, wenn Sie möchten. Ja, auch mal eine schöne Parkettpflege oder Steinfläge, je nachdem, was Sie für einen Boden haben. Und dann geht das hier los. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, was Sie hier für einen Effekt erzielen können mit diesen Poliertüchern. Achtung, los geht das Ganze sensationell mit unseren tollen Poliertüchern. Sie sehen, 230 Umdrehungen pro Minute. Und jetzt kann ich hier den Reiniger auch, wenn ich das möchte, fantastisch aussprühen, wenn ich das möchte. Ja, pass mal auf, jetzt. Los geht's. Und wenn ich jetzt über so eine Stelle drüber gehe, schauen Sie sich diesen Vorher-Nach-Effekt an. Sehen Sie das? Ist das der Wahnsinn, wie das direkt anfängt zu glänzen? Weil hier natürlich mit diesen 230 Umdrehungen pro Minute sofort der Boden aufpoliert wird, aufgearbeitet wird. Schau dir mal diesen Effekt an, wie sensationell das aussieht. Man kennt diese Technologie ja vom Autopolieren. Da gibt es diese Poliermaschinen, die ganz ähnlich arbeiten. Und da sieht man den Erfolg sofort. Und hier denke ich auch, wunderbar auch die Beleuchtung und vor allem auch das Kippgelenk. Weil hier komme ich jetzt mit dieser Poliermaschine auch unters Bett, unter Kommoden, unter dünnste Schränke, also die auch nur halb hoch stehen. Und kann da ohne Probleme auch den Boden sauber machen, beziehungsweise dann natürlich polieren. Also das ist das Küchengerät oder Haushaltsgerät, das ist ja nicht für die Küche, Haushaltsgerät, auf das ich noch gewartet habe. Ich habe schon bestellt und Sie sollten das schleunigst auch tun, bevor hier unser Highlight der Woche, so nenne ich es jetzt einfach mal, ausverkauft sein wird. Weil das wird bei diesem Produkt unglaublich schnell passieren. Der Preis ist sensationell. Es gibt vergleichbare Produkte, die ab 150 Euro aufwärts kosten. Also da können Sie mal wieder ermessen, wie toll unser TV-Sonderpreis ist. 75,91 Euro und dafür endlich diese glänzenden Böden. So wie in der Werbung. Endlich mal wie in der Fernsehwerbung das verboten glänzt. Und zwar egal ob Fliesen oder dann natürlich auch mein Parkett zu Hause. Ich habe es wirklich mit ganz, ganz vielen Sachen probiert, habe dann irgendwann mal die Lust verloren und habe gesagt, ist mir doch egal, soll er halt so matt aussehen. Aber jetzt ist ein ganz anderes Erlebnis. Drüberfahren, polieren oder auch vorher reinigen mit den verschiedenen Pads und dann kann die Sonne ruhig reinscheinen. Der Boden glänzt wie neu. Ich glaube, man kann es hier schon mal erahnen, wie glänzend er wird. Schau mal an, diese Stellen, die ich hier schon gemacht habe, wo man einmal drüber geht. Jetzt hier, zack, man geht einmal drüber. Und dieser Vorher-Nachher-Effekt, die Stelle, wo ich dann drübergehe. Schauen Sie sich das mal an. Einmal drüber gehen, zack. Hier, vorher, nachher. Schauen Sie sich das mal an, ich gehe hier einmal drüber, zack, und schon hat man diesen tollen Effekt. Zack, da drüber gehen. Und unsere Scheinwerfer spiegeln sich im Boden. Zack, da drüber gehen. Wahnsinn, oder? Schauen Sie sich das mal an. Vorher, nachher. Supergenial, oder? Und Sie können auch mal unter Schränke drunter gehen, weil wir haben dieses tolle Kippgelenk. Man kann auch ganz runter gehen, wenn man jetzt mal unter die Couch drunter will, unter den Schrankschatz. Sie können das ganz, ganz tief beugen auch. Können da ganz entspannt so drunter gehen, wenn Sie wollen. Das ist überhaupt kein Problem, weil man den hier so schön beugen kann. Da kann man auch schön mal nach unten runter gehen, wenn man möchte. Ist ganz einfach. Teleskopgriff im oberen Teil. Also da kann man sich wirklich hier alle Freiheiten lassen. Das ist so toll und so einfach, auch in der Handhabung. Das ist hier das Schöne. Ganz einfach gemacht. Super leicht zu bedienen, genauso wie es sein soll. Und schau dir mal diesen Glanz an von dem Boden. Und weißt du noch was, Kathi? So macht Putzen auch viel mehr Spaß. Wahnsinn, ne? Weil man sofort das Ergebnis sieht. Man sieht einen riesen Unterschied, vorher, nachher. Und dann sagt man, jawohl, alles richtig gemacht. Oftmals putzt man gerade einen Boden und sieht eigentlich fast keinen Unterschied. Man weiß zwar, man hat geputzt, aber man sieht es nicht. Hier ist ein ganz spezieller Fall. Dunkle Fliesen. Das ist top schick, top modern. Aber jeder, der schwarze Fliesen zum Beispiel im Bad hat, der weiß, dass genau dort das passiert. Man bekommt diese Fliesen. Nur mit unglaublichem Aufwand. Glänzend. Jetzt sind diese Zeiten vorbei. Dank dieser Fußboden-Poliermaschine geht es spielend leicht. Schon beim Reinigen mit den Reinigungspads vorne, Reinigungsmittel rein, einfach vorne dran sprühen und sauber machen. Und dann natürlich auch wie hier jetzt mit den weißen Pads, die wir gerade gesehen haben, zum Polieren. Und schon ist ihr Fußboden, ihr Hartboden wie neu. Und mittlerweile haben, glaube ich, fast alle Einrichtungen Hartböden. Ein Teppichboden ist nicht mehr so modern. Man hat eben Laminat, man hat Paket, man hat Fliesen. Das ist top aktuell. Und diese zu reinigen ist jetzt, dank unserer Fußboden-Poliermaschine, auch überhaupt nicht mehr schwierig. Und auch nicht kostenintensiv. Also mir wurde zum Beispiel ein Fußbodenreiniger empfohlen. Da hat eine solche, so ein Kanister hätte es so kaufen müssen, hat 49 Euro gekostet. Sie haben gesagt, der hält ewig. Aber ich habe gedacht, nee, also für Reinigungsmittel so viel Geld ausgeben. Nein. Und ich habe es richtig gemacht, weil ich habe noch einen Moment gewartet. Und jetzt gibt es eben diese Fußboden-Poliermaschine für 75,91 Euro. Und damit werde ich jetzt jahrelang meinen Fußboden schrubben. Schau dir das mal an. Spar wahrscheinlich, das muss ich jetzt natürlich langfristig noch testen, aber spar wahrscheinlich sogar nochmal an Putzmitteln, weil ich wesentlich weniger brauchen werde. Ist das nicht toll? Es ist einfach sensationell. So einfach in der Handhabung. Hier oben können Sie übrigens immer direkt dann auch Reiniger aussprühen. Das machen Sie ganz bequem am Handgriff. Hier sehen wir es nochmal, wie schön unten die Beleuchtung hier auch am unteren Teil. Also auch wenn Sie in dunkle Ecken gehen. Und Sie können den halt auch hier mit diesem Kippgelenk ganz nach unten runter mal fahren. Wenn Sie da unter das Bett wollen, auch da mal schön reinigen. Das geht super einfach. Hier im vorderen Teil können Sie ganz einfach den Reiniger nachfüllen. Wir haben da auch den kleinen Trichter und auch einen kleinen Nachfüllbehälter für Sie im Lieferumfang mit dabei. Also super einfach gemacht dieses Gerät. Und für 75,91 Euro genial das Ganze. Ja und es macht richtig Spaß. Was mich auch noch beeindruckt ist diese Laufruhe. Es macht fast keine Geräusche. Also Betonung natürlich auf fast keine Geräusche. Es ist sehr, sehr angenehm und es ist unglaublich effektiv. Machen Sie es wie ich, gehen Sie jetzt gleich ans Telefon, bestellen Sie sich diese Fußbodenpoliermaschine. Und dann sind eben diese matten Fußböden, Fußböden von gestern. Sie werden immer einen Fußboden haben, der aussieht wie neu. Und das für 75,91 Euro. Die Bestellnummer ist die NX 58,71 und die 5,69 und der Preis 75,91 Euro. Mit diesen Pads, die übrigens jederzeit, die müssen ja mal irgendwann schmutzig werden, in die Waschmaschine zu werfen sind und dann zu waschen sind. Also alles unglaublich einfach und vor allem unglaublich effektiv. Jetzt habe ich vorhin von den Sonnenstrahlern gesprochen, die jetzt durchs Fenster reinkommen. Und wenn man da mal ins Fenster reinschaut, dann sieht man oftmals diese Schlieren oder der Schmutz jetzt vom Winter an den Fensterscheiben. Und zu mir hat mal ein schlauer Mann gesagt, das war ein Mann, der hat gesagt, Fenster muss man nur putzen, wenn man attraktive Nachbarn hat. Aber Mann, da habe ich gesagt, nee, nee, sollte man schon auch mal sonst putzen. Aber Fenster putzen ist etwas, was ich überhaupt nicht mag. Und deshalb haben wir hier jetzt einen Roboter, der alles abnimmt. Traum meiner Jugend, ein Roboter, der mir die Arbeit abnimmt. Der ist Wirklichkeit geworden. Der ist jetzt Wirklichkeit geworden und den bekommen Sie jetzt auch zum TV-Sonderpreis. Denn diese Fensterputzroboter, diese intelligenten Haushaltshilfen, wir sprechen hier von einem Allround-Putzroboter, der Ihnen ganz viele Aufgaben im Haushalt abnimmt. Dazu kommen wir gleich. Die kosten normalerweise ab 500, 600 Euro aufwärts. Hier heute für 284,91 Euro. Und das ist ein knaller Preis. Sie können ihn einmal auf sämtlichen Fensterscheiben verwenden. Also außen wie auch innen, egal ob einfach, doppelt, dreifach verglast, einfach auf die Fensterscheibe aufsetzen. Der saugt sich mit einer Ansaugtechnik, mit einem Unterdruckprinzip, direkt auf Ihrem Fenster fest und er arbeitet selbstständig. Sie müssen gar nicht dabei sein. Einfach mit der Fernbedienung einmal ein Programm anwählen. Es sind voreingestellte Programme für Sie. Und dann arbeitet der von ganz alleine. Sie können in der Zeit andere Dinge erledigen. Ihr Fensterputzroboter meldet sich dank intelligenter Technik, sobald das Fenster fertig gereinigt ist. Und er arbeitet richtig schnell 0,41 Quadratmeter in der Minute. Das ist sensationell. Quadratmeter 2,5 Minuten. Aber was ich hier toll finde, dass es nicht nur fürs Fensterreinigen ist, sondern wir haben ja auch andere ebene Flächen, also glatte Flächen, wie zum Beispiel das ganze Bad ist gefließt, die Toilette ist gefließt, in der Küche ist ein Fliesenspiegel. Aber all das kann ich mit diesem Fensterputzroboter genauso reinigen. Genau, wir sprechen nämlich hier bei unserem Fensterputzroboter von einem intelligenten Reinigungsroboter. Und den können Sie jetzt überall auf allen Flächen einsetzen in der Wohnung. Der hat nämlich intelligente Technik, einen Drucksensor und einen Lasersensor. Das bedeutet für Sie, auf Kacheln zum Beispiel, auf Glas, auf Spiegelflächen, in der Duschkabine, überall können Sie ihn einsetzen. Einfach ansetzen, anschalten und er reinigt Ihre Flächen ab. Im Badezimmer hier zum Beispiel, die Fliesenspiegel, all das reinigt der perfekt. Und zwar hier, dank dieser intelligenten Technik mit seinen Mikrofasertüchern wird das Spiegeln sauber. Das ist fantastisch. Oder auch mal die Duschkabine, so eine Duschkabine putzen, das dauert ja ewig. Und hier kann man ihn einfach in die Duschkabine reinsetzen, an der Duschkabinenwand festsetzen. Auch da reinigt er das perfekt ab. Und wir haben hier einmal einen Drucksensor verbaut. Dieser Drucksensor ist auch, wenn Sie jetzt zum Beispiel größere Fliesen haben, die auch größere Fugen haben, das erkennt er mit diesem Drucksensor hervorragend. Da fährt er auch über die Fliesen rüber. Das ist überhaupt kein Problem. Und wir haben einen Lasersensor hier mit verbaut. Also wirklich ganz, ganz neueste, intelligente Technik. Und mit diesem Lasersensor erkennt er auch, wenn irgendwo ein Fenster zum Beispiel endet. Oder auch wenn die Duschkabine rahmenlos ist und da endet. Und da dreht er sofort um, stoppt und fährt in die andere Richtung weiter. Also wirklich ganz intelligente Technik. Und diese Technik wurde auch ausgezeichnet. Denn unser toller Fensterputzroboter hat auf der Erfindermesse hier sogar die Goldmedaille erhalten. Ja, die ist jedes Jahr in Nürnberg und da werden besonders innovative und effektive Geräte ausgezeichnet. Neue Ideen, neue Erfindungen. Und da hat eben unser Fensterputzroboter, da vorne ist er, die tragen wir natürlich und zeigen wir mit Stolz die Goldmedaille für diesen Fensterputzroboter. Aber wir haben gerade etwas gesehen, Außenfenster, zweite Stockwerk. Und man sieht immer wieder in Zeitungen Berichte, Mann oder Frau beim Fensterputzen aus Fenster gestürzt. Ja, und dann gibt es meist übelste Verletzungen. Hier habe ich kein Risiko mehr. Das heißt, ich muss dieses Risiko gar nicht eingehen, aus dem Fenster zu fallen, sondern ich überlasse dieses Risiko, obwohl das ist dann keins mehr, meinem Fensterputzroboter. Der ist sogar auch noch mehrfach gegen Absturz gesichert. Den kann ich also bedenkenlos, auch wenn es in dem 10. oder 20. Etage ist, an die Außenfenster anbringen. Aber was auch noch ein Riesenthema ist, sind natürlich Wintergärten, die ja teilweise ringsrum bis oben hin Fenster haben. Und die außen zu putzen, ist ja fast unmöglich. Ja, gerade wenn man viele Fenster hat, das ist sehr, sehr anstrengend, fast unmöglich, wie du sagst. Da muss man, wenn dann schon eine Firma kommen lassen. Und das kostet einen dann auch viele, viele hundert Euro. Hier hat man endlich eine Haushaltshilfe, die einem diese schwere, diese mühselige Arbeit abnimmt. Einfach aufsetzen, der reinigt ihre Fenster. Perfekt. Dank neuster Technik, dank toller Mikrofasertücher. Wir haben drei von diesen blauen Mikrofasertüchern zur Trockenreinigung für Sie im Lieferumfang mit dabei. Drei von den gelben Mikrofasertüchern für Sie zur Nassreinigung direkt mit dabei. Der ist mehrfach gegen Absturz auch gesichert, wenn Sie ihn in größeren Höhen verwenden wollen. Der hat einen Notstromakku mit dabei und natürlich auch ein Sicherungsseil für Sie ist im Lieferumfang mit dabei. Und da sehen wir, wie der zu Ihnen nach Hause kommt. So genau kommt er zu Ihnen. Da sehen Sie es auch mal. Bedienungsanleitungen natürlich, die Pads extra verpackt. Und jetzt sehen Sie auch hier unseren Fensterroboter. Sie sehen dann Ihren. Was mir auch noch gut gefällt, ist die Bauweise. Weil das ist jetzt kein Haushaltsgerät, was viel Platz braucht. Weil wenn ich ihn nicht brauche, kann ich ihn ganz einfach irgendwo ins Regal legen. Und wenn ich ihn brauche, habe ich ihn sofort griffbereit. Da sehen Sie, Netzkabel, Fernbedienung, Pads, alles mit dabei. Und jetzt geht es sofort los. Also knapp nach dem Auspacken, fünf Minuten später, kannst du schon den ersten Fenster reinigen. Wenn es Ihnen wie mir geht, dass Sie Fensterputzen wirklich überhaupt nicht mögen und auch vielleicht körperlich mittlerweile sagen, da oben rumturnen an den Spitzen von den Fenstern, das möchte ich nicht mehr. Oder unten auf den Knien geht auch nichts mehr. Da knackt es nur noch. Ja, hier müssen Sie sich weder bücken noch auf irgendwelche Stühle oder Leitern steigen. Weil das macht dann Ihr Fensterputzroboter für Sie. Das macht er ganz, ganz selbstständig und das ganz innovativ, dank bester Technik. Diese Mikrofasertücher, drei blaue und auch drei gelbe, sind für Sie im Lieferumfang mit dabei. Die können Sie immer wieder verwenden. Die sind einfach waschbar. Einfach in die Waschmaschine dann reinschmeißen. Ich zeige Ihnen nochmal, wie das mit dem Wechsel funktioniert. Können Sie einfach abkletten, dann in die Waschmaschine schmeißen, dann hier das nächste Mikrofasertuch einfach ansetzen. Auch hier, es wird einfach dann so aufgeklettet, zack, zack, zack. Und die gelben, die sind für die Nassreinigung. Also wenn Sie stark verschmutzte Fenster haben, wo Sie auch mal ein bisschen Reiniger reinigen wollen, ist das mit den gelben ideal. Bitte nur ganz bisschen Reiniger auftragen. Das reicht dann schon. Man braucht wirklich fast keinen Reiniger mehr, weil das hier so effektiv ist. Und der ist super genial, ganz intelligente Technik. Mit der Fernbedienung einmal ein Programm vorwählen und der reinigt dann optimal. Die Fenster, die großen Fliesenspiegel, die Kacheln, die Fliesen im Badezimmer, in der Küche, ihre Duschkabine. Spiegeltüren. Hier Spiegeltüren, große glatte Flächen. All das, das muss man sich mal überlegen, das ist eine riesen Haushaltshilfe. Und vor allem hier sehen wir etwas, was wir jetzt an vielen Fenstern sehen, den ganzen Winterschmutz an den Außenfenstern. Da ist Staub dran oder vom Regen noch diese Verschmutzung. Und das sieht einfach mal unschön aus. Du sagst immer, oh je, ich muss Fenster putzen, meine Schwiegermutter kommt zu Besuch. Oder die Nachbarn schauen schon so komisch. Man sollte ja auch einen guten Eindruck nach außen hier hinterlassen. Und das tut man, wenn man saubere Fenster hat. Und jetzt ohne körperliche Anstrengung, ohne Fremdfirmen oder ähnliches, sondern einfach mit diesem Roboter. Der putzt, wann immer Sie das wollen. Und dann, ob morgens, mittags, abends, nachts, ganz egal, sogar bei Dunkelheit. Also ich würde bei Dunkelheit niemals ein Fenster putzen, weil ich weiß, am nächsten Tag, sobald es hell ist, sehe ich, wo ich nicht geputzt habe. Der putzt auch bei Dunkelheit, weil das ist dem sowas von Jacke wie Hose, ob es hell oder dunkel ist. Und somit habe ich einen wunderbaren, unglaublich zuverlässigen Haushaltshelfer. Und jetzt nicht nur, wie der Name vermuten lässt, für Fenster, sondern eben auch fürs ganze Bad, also für die Fliesen. Und wer mal eine Fliese nach der anderen poliert und geschrubbt hat, der weiß, was das für ein unglaublicher Zeitaufwand und auch Kraftaufwand ist. Und wenn ich mir da auch helfen lassen kann mit dem Fensterputzroboter, dann weiß ich spätestens in diesem Moment, jawohl, ich habe alles richtig gemacht. Und hier sehen wir auch, wie effektiv der arbeitet, wie toll dieses Ergebnis ist, wie wahnsinnig gut der den Schmutz wegnimmt, dieses Vorher-Nach-Ergebnis. Das ist ja sensationell. Also hier eine Riesenhilfe. Sie sehen, wie wirklich fantastisch der das macht. Holen Sie sich diese Hilfe nach Hause, machen Sie sich nicht länger selber verrückt mit dem Fensterputzen. Diese körperliche Anstrengung auch einfach, die das Fensterputzen da mit sich bringt, das muss man gar nicht mehr selber machen. Hier kommt Ihre neue Haushaltshilfe, Ihr intelligenter Reinigungsroboter jetzt zum TV-Sonderpreis. Ja, der Sonderpreis sind 284,91 Euro. Sie notieren bitte die Bestellnummer NC3909 und die 569. Und dann kommt dieser intelligenter Allrounder. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Allrounder, weil er wesentlich mehr kann, als nur die Fenster reinigen zu Ihnen. Und dann ist diese anstrengende Arbeit, egal ob es Fenster, Fliesen oder Spiegel sind, ist einfach Arbeit von gestern, weil Sie brauchen das nicht mehr zu machen. Wenn ich bedenke, was heute möglich ist. Man hat früher als Kind immer davon geträumt, wann gibt es endlich mal Staubsaugerroboter, Fensterputzroboter und, 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 und. Jetzt gibt es und Sie können zuschlagen. Jetzt schauen wir uns aber die beiden Produkte nochmal an. Hier, das ist mein Haushaltsprodukt, weil auf das habe ich gewartet. Und ich bin sicher, vielen unseren Zuschauern geht es genauso. Unsere tolle Fußboden-Poliermaschine, endlich ist sie da. Brandneu bei uns im Programm. Und die Innovation für alle Hartböden mit 230 Umdrehungen pro Minute werden Ihre Böden hier perfekt gereinigt und poliert. Ach, das ist wirklich eine richtige Sensation. 75,91 Euro, Brandneu bei uns. Die muss man einfach haben, wenn man tolle glänzende Böden möchte. Dann darf die Sonne kommen, weil der Boden glänzt wie neu. Die Bestellnummer, die NX5871 und die 569, hier ganz, ganz schnell sein, weil ein großer Prozentsatz unseres nagelneuen Haushaltshelferes, unserer Poliermaschine, der ist schon vergriffen. Also ich bin sicher, der ist bald ausverkauft. Dazu greifen. Und dann natürlich der unglaubliche Helfer, der Fensterputz-Roboter, der nicht nur Fenster putzt, sondern auch noch viel, viel mehr kann. Genau, hier für 284,91 Euro TV-Sonderpreis jetzt. Der reinigt Ihre Fenster, egal welche Fenster, aber auch Ihre Fliesen, Fliesenspiegel im Bad, in der Küche, Ihre Duschkabine, wenn Sie möchten, ja. Aber auch Ihre großen Spiegelflächen, all das kann der. Das ist ein richtiges Multitalent, das da zu Ihnen nach Hause kommt. Ihre Haushaltshilfe, Versandkosten frei, selbstverständlich innerhalb von zwei bis drei Tagen bei Ihnen. Ach, mit innovativer Technik, Lasersensor, Drucksensor mit verbaut. Also auch für rahmenlose Fenster oder dann auch die Duschkabine geeignet. Deshalb hier gleich zugreifen, wird Ihnen viel Freude und vor allem viel Arbeit dann auch abnehmen. Das ist so eine Innovation. Ja, und vor allem auch zu vergleichbaren Modellen unglaublich günstig. Ja. 284,91 Euro unser TV-Sonderpreis. Die Bestellnummer ist die NC 3909 und die 569. Und man muss sich überhaupt nicht schämen, wenn man sagt, ich brauche ein bisschen Unterstützung im Haushalt. Nein, überhaupt nicht. Wenn das Ergebnis stimmt, dann weiß ich, ich habe alles richtig gemacht. Das stimmt zu 100 Prozent bei unserem Fensterputzroboter, aber natürlich auch bei unserer Poliermaschine. Und wenn es Ihnen nur annähernd so geht wie mir, dass Sie schon alle möglichen Geheimrezepte ausprobiert haben, um einen wirklich glänzenden Boden hinzubekommen, aber überall hat es nicht funktioniert, dann brauchen Sie diese Poliermaschine. Bei mir wird sie demnächst, ich habe sie schon bestellt, im Zimmer stehen, beziehungsweise in meiner Wohnung. Und bei Ihnen wird sie auch richtig gute Dienste erweisen. Also jetzt ran ans Telefon und dann viel Spaß damit.